Oh, das war nice. Das war nice. Jawoll. Jawoll, man. Nein, Spaß, Leute. Das ist der legendäre Dom im Blick, Alter. Was geht ab, Jungs? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es den zweiten Teil von Nur aus der Hüfte bzw. No Scope Only Challenge. Ich habe das schon mal gebracht, da war die Resonanz mega geil. Und viele meinten, ich soll gerne einen zweiten Teil bringen und den gibt es hier heute. Und wir spielen mit der PPSH. Aufsätze sind die Folgen. Und zwar Magazinerweiterung, schnelles Magazin, Laser, langer Lauf und als Perks habe ich Nachbrenner, Plünderer und Strahldämpfer. Meiner Meinung nach sind das die besten Attachments, um zu No Scope. Ich sage jetzt bewusst No Scope, Leute. Ich meine nicht das No Scope beim Snipe. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, das ist meiner Meinung nach die beste Klasse. Als Streaks habe ich dabei einmal Geist, Hater und Mutterschiff, keine Ahnung wieso, aber ist auch nicht so schlimm. Und bin auf dem Account vom lieben TV-Steel Sansibar, also auch schöne Grüße an Dichtiger. Korrekt, dass ich immer so auf dem Account spielen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in der ersten Runde. Let's go. Geist wäre halt echt geil, Mann. Boah, das ist so schwer, Mann. Das ist so schwer. Soll ich spawnen? Ich versuche jetzt ganz schnell. Sit down. Da waren mehr. Ich glaube, der eine spawnt auch hier. Das war's für Sie. Gehen wir mal zurück, schnellen. Nein! Was macht der? Wo ist der hin? Da ist er. So. Battery abgeschossen. Sie sind erledigt. Hey, moin. Ich habe alle weak gemacht. Noch nie so veraimt. Hä? Wie habe ich das gemacht oder überlebt? The fuck? Ja, die Heatwave war unnötig. Die hätte ich auch ohne holen können, aber egal. Noch einer. Ich muss ja. Auf wen schießt ihr, Teammates? Oh, hinter mir jetzt. Okay. Dann versuchen wir jetzt mal ganz schnell hier durchzukommen, würde ich sagen. Vielleicht komme ich dann... 500 Punkte bin ich jetzt entfernt von dem Geist. Dann ist ein Sniper. Das müsste eigentlich... Das müsste eigentlich ein Kill sein für mich. Da ist einer. Den habe ich. Oh nein. Ich habe Angst. Ich hau ab. Weg, 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 weg. Noch weggekommen. Let's go, man. So. Chill mir mal... Hä? Ne, alles gut. Einer ist links. Den habe ich erwartet, Leute. Genau den habe ich erwartet. So. Den Gregorio. Mit seiner Vespa. Das ist ein Gegner? Ne, das war kein Gegner. Machen wir mal hier den Wararm. Ich dachte gerade, für eine Sekunde, ich war von der Man. Wenn er mich geholt hätte, ich wäre so pisst. 200 Punkte, jetzt komm schon. Nein, 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 Digga. Fuck, man. Ach, komm. Gregorio, man. 12 zu 2. Ich habe fast einen Geist gerufen. Ja. Nils kommt in unseren Spawn mit Kinetik. Ich verstehe dieses Spawn-System gerade gar nicht, man. Da ist noch einer. Habe ich ja gar nicht gesehen im ersten Moment. Let's go, man. Nein. Ich hätte den anderen gehabt, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte den anderen gehabt. Bester Spieler der Welt. Nichts, Digga. Alles gut. Noch einer, Mann. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass, was aus Team Deadmatch... Ich kann nicht mehr reden. Edgematch, Alter. Was aus Team Deadmatch geworden ist. Richtiges Trade-Fest ist es geworden. Richtiges Trade-Fest. Ich bin so. Nichts, nur Tüffel. Ich bin so. Ich bin so. Schade, Mann. Ich dachte gerade für einen Moment, ich gebe einen Turner. Ich stehe echt gut. Ich stehe wirklich gut. Die sliden und springen und ledge-sliden und so ein Scheiß. Also die sind echt nicht shit, so. Ich den hol, ne? Ich den hol. Okay, alles gut. Alles gut. Ich push mal, Bunker. Einer ist hier, okay. Ich muss nicht Bunker. Die sind alle eher rechts, so. Nein. Oh mein Gott. Was? Und dann werde ich so geholt von der MR6. Ich zeige euch mal eine War-Run, Leute. Vielleicht kennt man keinen Fan von euch. Der ist eigentlich ziemlich nice. Vor allem bei S&D so, wenn man so ein bisschen die Übersicht halten will. Ist eigentlich echt ein cooler War-Run? So, nicht sein Ernst, oder? Hä? Was ist gerade mit meinem Charakter passiert? Digga, es war wie in so einem Scheiß-Meme. Ich pre-fire jetzt einfach alles, ganz ehrlich. Ich pre-fire einfach um meine Mutters Ehre jetzt. Mann. Oh, hätte ich den zweiten geholt, das wäre echt heftig gewesen, Mann. Ich schaffe gerade keine Streaks, Leute. Wirklich, es ist echt nicht einfach, weil ich die ganze Zeit getradet werde. Ich spiele auch ziemlich aggressiv, ich weiß. Mach ich auch bewusst so. Wow. What the fuck, Mann? Guck mal. Broken, Mann. Komm, noch schön ein loko Snow-Snow-Scope-Kill. Ist da. Oh, na. Nein. Gönnt mir doch mal den Kill hier. Guck mal, einer hinter mir. Einer hier. Wird heatwaved. Oh, eine Shotgun. Einfach mal pre-fire. Wo ist der? 37 zu 16, Leute. Auf jeden Fall eine gute Runde. Wir verbessern uns. Ich mach gerade jetzt... Die Kills werden immer besser hier im Snow-Scope. Ich glaube, ihr merkt das auch, Freunde. Könnt jetzt schon mal gerne ein Like da lassen, wenn euch das Video gefällt und euch unterhalten kann. Bis gleich. So, Jungs und Mädels. Die letzte Runde jetzt auf Nuketown. Hoffen wir jetzt mal, dass wir jetzt die Streaks... Nicht hoffen, wir schaffen jetzt die Streaks. Keine Diskussion, Digga. Keiner kommt. So wird man noch nie gesehen. Was ist das für ein Start? Hä? What the fuck? Nein! Scheiße, man den Killer nicht machen müssen. So, da sind zwei. Ja, moin, Digga. Läuft. Was machst du da, Junge? Ist der dumm? Meine Nase juckt kurz. Oh Gott. Ist gerade noch so gut gegangen. Sie spawnen out. Normalerweise müssen sie jetzt outspawn. Ich denke, aber hier ist noch ein Gegner. Irgendwo. Da ist einer auf jeden Fall. Scheiße, da schießt mir gleich den Rücken, wenn ich hier nicht... Ach, Gott sei Dank noch weggekommen. Da ist einer. Jawohl. Nehmen wir mal einfach. Komm, nehmen wir mal einfach. Vielleicht, wenn mir irgendwie die Muni ausgeht. Wobei das eigentlich gar nicht geht bei der PPSH. Mit Extended Max. Der GD hat so die Magazine, das ist krank. Hier oben war einer. Jawohl. Da rechts außen noch einer. Jawohl. Ich glaube, hier links kommt gleich einer. Aha, den hier. Das ist der wichtigste Skill. Okay, let's go. Let's go, man. Nein, nein, nein. Nein. Ich habe so Angst. Helft mir, die Mates. Jawohl. Hauptsache, ich lebe noch. Hauptsache, ich lebe noch irgendwie. Mein Specialist-Donus. Einfach nur weg, Digga. Einfach nur weg. Ich meine es dick ernst gerade. Oh mein Gott, sind da viele. Nein, das ist mein Gegner. Oh mein Gott. Digga, ich dachte, das ist ein... keine Ahnung, Müll oder so. Vielleicht den gelben Scheiß-Roboter-Charakter gehabt. Verdammt, Mann. Das wären meine Streaks gewesen, hey. Komm und den an, Digga. Er steht da ganz hinten. Ich komme der an in meines Lebens. Sag mir nicht der... Nein, nee, nein. Okay, nein. Gott sei Dank, Digga. Wenn dieser Typ... Nee, nee, nee. Okay, komm schon jetzt, Mann. Oh mein Gott, das ist ausgescheitert. Komm, 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 komm. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Der mich auch gesehen hat. Der LMG. Nein, komm bitte, Team-Mates. Oh Gott, das sind so viele, die auf mich sprayen. Ich muss hier weg. Ich muss hier hin, ja. Die wird gleich einer kommen, auch. Oh shit, die sind überall. Wir haben keine Map-Control-Team-Mates. Komm schon, Mann. Baut mal ein bisschen Map-Control auf. Wow. Der kommt da einfach mit dem Annihilator rein, jetzt. Das war doch der, der gerade den Termin uns ins Lebens bekommen hat. Ich muss meine Streaks erreichen, Freunde. Wenn ich die Streaks nicht erreichen, machen wir noch eine Runde danach. Dann wird die Ansage gemacht. Das sind halt die Lobbys nach dieser 100... Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Jetzt geh ich nur noch down. Nee, ich wollte sagen, das ist die Lobby... Das sind halt die Lobbys nach dieser 100-Win-Challenge. Das ist so eklig. So ekelhaft, was mit den Lobbys gerade abgeht, momentan. Ich schwör's euch, nach diesem Tod ist irgendwie meine Moral kaputt gegangen, nach dieser, wo ich dieser etwas längere Streak hatte, sag ich mal. hier irgendwie einen Moralschaden kassiert oder so. Oh mein Gott. Ich würd so gern drei reinnehmen. Na, egal. Jawohl. Wenigstens die mal aus diesen scheiß... Autos da wegmachen, weil... Nein! Weil die da die ganze Map-Control haben, Alter. Das ist echt nervig, Mann. Ich weiß nicht, ob euch das selber auffällt, dass ich mich ein bisschen langsamer drehe und auch... Ja, so ein bisschen slower bin einfach. Ist noch einer. Komm, den krieg ich, den krieg ich. Ja, da konnten natürlich seine ganzen Brüder kommen. Fick euch. Ich hatte so einen geilen Start, ne? Und so hart nochmal verkackt, danach. Ich hab noch nie beim Leben so lange gesprayt, ohne einen Kill zu bekommen. Zwei Assisten einfach mal so auf Trocken. Oh, das war nice. Das war nice. Jawohl. Jawohl, Mann. Ja, schade, Mann. Das war aber nochmal eine geile Szene. Hier zum Abschluss, Leute. 34 zu 18. Jetzt auf Nuketon. Ziemlich geilen Startgeld, aber danach gejokert. Ich würd sagen, eine letzte Runde für die Streaks. Jetzt kommt schon, Mann. Wow. Was eine Lobby, Leute. Was eine Lobby. Hier nochmal abschließend die Streaks so machen. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber scheiß drauf. Ich schaff das. Einfach fokussend sein, Leute. Ich will hier nicht rausjumpen, Leute. Ich will hier, dass ich hier reinkomme, Leute, ich will mir erstmal schön mein Opening machen. Mein Timing, mein Timing, Leute, ne? Mein Timing ist so schlecht. Ja, okay. Wir wurden beide geklaut, aber nicht so schlimm. Ich hab ja immerhin einen Assist. Das ist auch mal was. Bin down. Okay. Ich komm runter, Digga. Er hat einen chilligen Namen. Feier ich. Einer ist da rechts. Was ist der? Hä? Wie kommt der denn hinter mir, Teammates? Was macht ihr denn, Mann? Ei, 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 alter. Lauter schon hier auf 4-0, Digga Drohne. Ja, ja, ja. Dich hol ich mir. Ich hole mir den. Ja. Ah, egal. Egal. Ich hab wenigstens den noch Streak geholt. Das war schon mal wichtig. Damit er hier jetzt nicht noch irgendwie ein Orbi oder so einen Scheiß bekommt. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich meine Streaks erreiche. Ich muss jetzt hier in Menschen die Big Kills machen. Das war gerade so schlecht von mir, eigentlich. Bleiben wir jetzt mal kurz hier stehen, einfach. Ist eigentlich eine übelst gute Pose, Leute, ne? Die ist voll underrated, weil... Guck mal hier, ich zeig euch jetzt, wieso das eine gute Pose ist. Guck, der Typ denkt sich jetzt, ja, der springt da rum, oder? Oder ist der jetzt bei B? Okay, er wurde geholt. Du kannst auch gleichzeitig hier so kurz... Oh, ja, Digga. Er liegt da einfach. Wirklich, der Spot ist sehr underrated. Man hat hier wirklich... Guck mal, den hab ich noch sogar schön hier unten aus Menschen rauslaufen sehen. Kann jetzt einfach so hingehen, so machen. Dann bin ich jetzt tot, glaube ich. Nee. Nee, bin ich nicht. Okay, krass. Komm, hier den Assist. Und jetzt ist die Position schlecht, weil jetzt könnte sich der Spawn flippen. Oh mein Gott, ich hab echt noch meinen Specialist angehauen. Oh nein, da kommen zwei. Einer ist da. B ist in D. Der andere will ich mir hochjumpen. Genau. Und jetzt, Teammates, seid nicht dumm. Okay, er hat den Kill, alles gut. Ich würde sagen, Mann, ich geh jetzt hier außen rum. Ich geh einfach hier außen rum. 225 vor. Oh, ja, 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 das ist halt so. Oh nein. Oh Mann, Gott, ich wär so tot. Ich wär so tot. Da sind dann... Oh, Digga. Ich weiß nicht, wie viel Glück ich gerade hab, dass sie... Ich hab's wirklich genau goldrichtig gemacht, dass ich mit ihm so gespielt hab kurz. Er ist wieder hier. Ich hab mein Geist. Let's go. Geist erwartet Befehle. Ich will mehr. Nein! Fuck! Mutterschiff. Naja, okay, egal, Leute. Mutterschiff war jetzt nicht unbedingt das... Ich hab's nicht mal bewusst irgendwie reingemacht, das Mutterschiff. Aber wir haben den Geist, Alter. Und das freut mich gerade hier auf jeden Fall. Hauen wir auch noch Orbi raus. Korrekt, Alter. Richtig korrekt, Jungs. Korrekte Action. Hier ihm noch schnell Turn-On geben. So muss das laufen, Digga. Er geht direkt raus. So muss das sein, ey. Egal, komm, Geist. Snack alle. Snack sie alle. Snack sie alle. Das wäre lächerlich, hat er mich geworfen. Ja, Geist. Schön. Schön. Ich glaub, sie geiern ihn. Ja, sie geiern ihn. Ich darf sie nicht geiern lassen. Er ist schon weg. Was ist das? Ich weiß nicht, sie darf ja. Orbi auch schon weg. Wo sind die jetzt? Ich glaube, sie sind hier im Haus, alle. Also nicht alle, aber viele. Nein. So war ein Lucky-Mind-Timing. Wow, das war geil gerade. Oh mein Gott, das war echt geil. Das war auch geil. Wenn ich den noch hole, dann bin ich ultra geil. Ne, bin ich nicht. Aber egal, war geil. Reicht auch. Kommen die hier? Ne, die slaufen, die slaufen, die laufen alle da hinten lang. Er dreht sich einfach so um. Einfach so. Einfach so. Guckt mal. Er so, ey, nein. Einfach so. Kein Grund so. Aber er tut's dennoch. Verbundet der Cerberus unterwegs. Tamam. Ey, langsam komm ich echt rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, den Waffe rein zu aimen. Ich schwör's euch. Oh mein Gott, ich hab ihn eigentlich so, ich hab ihn eigentlich so zerstört, Leute, ne? So out-shooted mit No-Scope, obwohl er Kinetik hatte. Leider eine Kugel zu wenig gegeben. Spray grad einfach nur. Hier ist keiner mehr, glaub ich, Leute. Dafür aber hier. Eieieieiei, jetzt macht's richtig Spaß gerade, wirklich. Jetzt fängt's an, Spaß zu machen. Schade. Ich hätt' fast nochmal Geist gehabt. Holy shit, ich hab's gar nicht gecheckt. Ich hätt' nicht gechallenged, ich hätt' das gewusst, wär' rechts rumgegangen. Hätt' noch'n Geist gemacht. Ja, moin. Egal, nicht so schlimm, Leute. Ich find' das Gameplay bisher schon ziemlich nice. 34 zu 11. Hier in der letzten Runde, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal bei einem neuen Video. 34 zu 11, Freunde. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wir sehen uns morgen wieder bei einem erneuten Video. Schaltet gerne wieder ein, Leute. Ich werd' wahrscheinlich wieder so um dieselbe Uhrzeit hochladen. Also bis morgen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.